Den Schritt des Klärens, also ein Gesichtswasser zu verwenden, tätigen wir im Bereich Flirtische Wors mit dem Toner Artikel Nr. 42. Dieser porentief reinigende Toner entfernt nun nach der Reinigung mit dem Exfoliating Cleanser die allerletzten Schmutzreste. Zudem wird die Haut befeuchtet und auf die nachfolgende Pflege vorbereitet. Die enthaltenen pflanzlichen Inhaltsstoffe, wie in diesem Fall zum Beispiel Rosmarin, regeln die Durchblutung an und sorgen für einen frischen und rosigen Tarn. Der Rehydrating Toner ist selbstverständlich alkoholfrei und eignet sich deshalb auch hervorragend für die empfindliche Haut. Natürlich kann der Toner auch mal als Erfrischung oder zur Beruhigung der Haut oder für gestresste Haut zwischendurch verwendet werden. Einfach ein paar Tropfen Toner auf einen Wattepad geben und die Haut damit einreiben. Einfach ein paar Tropfen Toner auf einen Wattepad geben.